Kümmere dich nicht darum. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Du wirst schwächer. Du bist also mit deinen Ermittlungen in einer Sackgasse gelandet? Nein. Ich wusste jetzt, dass es jemanden gab, der hinter Dr. Karoljev steckte. Das war klar. Dass derjenige immer noch mehr Lebenskraft brauchte. Wofür auch immer. Und? Und dass ich nur der Spur aus Leichen folgen musste. Um ihn zu finden. Bail. Gut, dass Sie sich melden. Sorry, Sis. Die Bosslady hat zu tun. Und Sie sind? Dexter. Du kannst mich Dex nennen. Ich bin der Experte vom Dienst. Die Bosslady sagt...